Du, ich... Hallo? Pst! Was machst du da? Hörst du das? Was? Hörst du das nicht? Was? Was? Irgendein Geräusch. Unheimlich. Ein Geräusch? Hörst du das? Nein? Ich auch nicht. Ja, ähm... Wo bleibt eigentlich die Pointe? Keine Ahnung. Ich dachte, du hättest sie. Nee, ich dachte, du... Das ist ein Ding. Bist du sicher? Moment. Hörst du das? Nein, ich auch nicht. Ende. Stimmt. Und jetzt? Also, ähm... Das hier ist wahrscheinlich so die Art von Comedy, die von Monty Python beliebt gemacht wurde. Weißt du? So ein Sketch ohne Pointe und... Ja, muss so sein. Ähm... ...irgendetwas... Hä? Also doch nicht. Ach, so ein Mist.